Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euer Dorfbesuch. Was müsst ihr dafür eng machen? Es ist ganz einfach. Ihr müsst an die E-Mail-Adresse dorfbesuche201atgmail.com euer Dorfkürzel schicken und einen kleinen Text über euer Dorf. Wie lange das Spiel spielt, seid ihr gerasht oder nicht? Was sind eure Stärken und Schwächen im Spiel? Was auch immer. Es ist mir egal, was ihr in den Text schreibt. Hauptsache es geht über euer Dorf. Weil der Rest interessiert mich nicht. Aber nun kommen wir auch schon zur Teilnahmebedingung. Ihr müsst beweisen, dass ihr Abonnent meines Kanales seid. Sprich, ihr müsst ein kleines Beweisfoto noch hinten ranhängen. Fehlt das Bild, reagiere ich nicht auf euer Dorf. Ich wünsche euch ganz viel Glück und mal schauen, wer so alles dran kommt. Ciao.